Musik Viele Menschen haben in ihrem Leben so eine Art Label verpasst bekommen. Das heißt, irgendjemand hat etwas über ihn ausgesprochen und das ist wie so ein Stempel, der das ganze Leben prägt. Wie so ein großer Aufkleber, der über dem ganzen Leben drübergeklebt ist und alles prägt. Und vielleicht betrifft das auch dich. Ich meine damit, dass Eltern oder Freunde, vielleicht auch der Ehepartner, irgendjemand, Lehrer, Vorgesetzte, Dinge über uns ausgesprochen hat. Zum Beispiel solche Sachen wie, du wirst nie einen Ehepartner finden. Du wirst immer krank sein. Du wirst immer finanzielle Probleme haben. Du bist zu schüchtern, du bist zu klein, du bist zu dick, du bist zu groß, du bist zu unattraktiv, du bist zu dumm oder du bist schuldig und so weiter und so weiter. Dinge, die Menschen über uns ausgesprochen haben und die wir geglaubt haben, akzeptiert haben und wie so eben ein Label über unserem Leben geschrieben haben. Aber ich möchte dir etwas sagen. Dieses Label hat nur die Macht über dich, die du ihm gibst. Du kannst heute dich entscheiden und sagen, ich werde dieses Ding über meinem Leben entfernen. Ich werde dieses Label entfernen. Ich werde es runterreißen. Ich werde das glauben und das über meinem Leben aussprechen, was Gott sagt. Denn die Frage ist, glaubst du das, was Menschen über dich ausgesprochen haben, die dich begrenzen wollen, vielleicht sogar in bloßwilliger Absicht? Oder glaubst du das, was Gott über dir ausspricht, der dich geschaffen hat, der dich liebt, der dich kennt? Weißt du, in der Bibel sagt Gott über uns, dass er uns auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht hat. Du bist auf ausgezeichnete Weise von Gott konzipiert. Er hat Dinge, Gaben, Fähigkeiten in dich hineingelegt, die er braucht zum Bau seines Reiches. Und die kein anderer Mensch so weitergeben kann wie du. Gott sagt dir, ich brauche dich. Ich brauche dich zum Bau meines Königreiches. Ich brauche dich und ich möchte, dass du dieses böse Label, was über deinem Leben steht und was eine Lüge ist, entfernst. Glaub so, wie Gott über dich spricht. Nimm das für dich an und lass das das neue Label deines Lebens sein. Wir haben auf unserer Webseite eine Liste vorbereitet, wo du sehen kannst, was Gott über dir und über deinem Leben ausspricht. Beschäftige dich damit, druckst du dir aus und geh mit diesen Dingen wirklich innerlich um. Und du wirst merken, dass sie dich immer mehr bereichern und dein Denken immer mehr verändern. Denn das ist wirklich die Wahrheit. Denke so über dich, wie Gott über dich denkt. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich. Musik Musik Untertitelung. BR 2018